Hallo und herzlich willkommen zu Summoners War Chronicles. Heute mit der Beschwörungsrunde Feenkönig. So und weil ich mein Glück nicht ausatmen lassen will, ich habe ganz viele Elementrollen und die möchte ich natürlich als letztes haben, weil ich möchte so viele Scrolls wie möglich überbehalten, weil nämlich bald die Einhörner kommen. So und das heißt, wir fangen an, wir verarbeiten uns von unten nach oben durch, bis wir bei den Dings rankommen, falls wir den einen oder anderen nicht kriegen. Und so habe ich meine Elementschriftrollen auch mal weggeöffnet. Ich mache nun 10er Steps, falls mehr überbleiben. Ich öffne keine einzelnen Rollen, das ist mehr zu. Dann sparen wir die für die nächste Mal. So, mit Grün fangen wir an. Vielleicht kommt ja auch was anderes Schönes, was man auch noch gebrauchen könnte. Wieder bis zur lila Wolke, wie immer. Oh, na, den nehme ich doch gerne. Ach stimmt ja, das waren ja die Rollen, die man denn für die 4 bis 5 war. Warum habe ich die denn nie geöffnet? Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Feenkönig rauskommt, ist sowas von gering, ne? Aber wir gucken halt, was sonst noch rauskommt. Ob überhaupt da irgendwie was rauskommt. Na, bis jetzt ist es so ein bisschen so. Weiß gar nicht. Bei irgendwem hatte ich mal Glück, aber ja, ne, hier sind ja genau 99 Rollen, das ist schon sad, ne? Also eine mehr wäre schon geil gewesen. Also wenn jetzt in den ganzen Rollen kein einziges 5 Sterne kommt, dann ist dieses Glück echt verflucht, ne? So. Hm. Das ist nicht so schön. Also ich glaube, jetzt sind wir schon über 100 Elementrollen und bis jetzt ist halt noch gar nichts. Also ich habe ja auch hier, ich weiß nicht wie viele, aber 4 bis 5 Sterne rollenelementfarben. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich hoffe natürlich, dass irgendwas bei rumkommt, weil ich sag mal klar, geil ist es. 3 Sterne Monster, 4 Sterne Stücke, das braucht man alles. Ich tausche ja auch viel um. 3 Sterne vor allen Dingen für Breezes, 4 Sterne eher für 5 Sterne Stücke. Aber, boah, das ist schon, das ist schon ekelhaft, ne? Ähm, ja. 3 Rollen zwar schon bekommen, aber, hm. Da mag ich ja gar nichts anderes öffnen. Ganz im Ernst, wenn das schon so anfängt. Oh nein, ey. Ich weiß gar nicht, also 900 und ein paar zerquetschte sind hier. MS. Oh, der erste Lila. Na, Feuer. Wer könnte das denn sein? Brennender Durst. Okay, werde hier. Naja, okay, es ist jetzt nicht so schlecht. Kann man mitnehmen. Äh, weiß gar nicht, ob der hier gebaut ist oder nicht. Wenn nicht, ähm, Argen für Argen, ähm, Skill Level Ups oder irgendwo zum Austauschen, ist es immer super, den seine Brüder zu kriegen. Okay, das war's also auch schon mit den kleinen Rollen. Also, die öffne ich jetzt einzeln, weil die geht ja nicht. Also, hier 4, 11, 12, ne? Ist ein bisschen was. Starten wir mit Grün. Ja, konnten wir mal gleich. Also, das Glück ist nicht auf meiner Seite. Oh, ein Fünfer. Mal gucken, wer ist es. Grün. Der Zorn ist immer jetzt wird zuschlagen. Okay. Oh, der ist neu. Das ist super. Immerhin was Neues bekommen. Oh, es geht gleich weiter. Noch, Lila. Natürlich möchte ich Ganymed jetzt haben, weil ich öffne die ja. Das sind so, das schwöre immer, was du willst. Okay. Ja, also Musta, äh, Mustasa. Ähm, okay, der ist neu. Die Monster-Geschichte wurde also noch nicht gespielt. Ähm, ja, das kann sein. Habe ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet. Alles klar? Ja, dann machen wir einfach mit Wasser weiter. Ich sag mal 3, 5 Sterne. Ist jetzt nicht so awesome. Ich weiß gar nicht, wie viele Rollen ich hatte. Ich habe irgendwo ein Screenshot gemacht von alle Rollen. Ähm, aber sonst habe ich keine Ahnung, wie viele Rollen ich hatte. Ich glaube, am meisten habe ich immer Wasserrollen, weil wenn man sich aussuchen kann, nämlich am meisten Wasser, weil irgendwie sind die meisten Monster halt Wasser, die die halt auch gut sind. Und wenn ich halt ein Dupe kriege, dann kann ich halt Devil Mons rausholen oder sonst was. Finde ich halt gar nicht so schlecht. Also das ist so immer meine Idee dahinter. Okay, Wasser gönnt nicht. Nee, also da war ja Wind noch besser. Da hatte ich nur 4 Rollen und kamen 2,5er raus. Also alles klar. Ja, gib mir mal hier ein Smart. Wie heißt der? Samate? Wie komme ich denn auf? Smart? Smart? Nee, wie heißt der denn? Oh, keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich weiß nur, dass der Wind Ganymed oder Ganymed oder so. Der andere ist Smart? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also Wasser hat nicht gegönnt. Also müsste die jetzt ja rein logisch wieder Feuer gönnen. Oh, wir haben eine 5er Rolle hierher. Das ist natürlich super. Vor allen Dingen, wenn es um Segensbeschwörung geht, nehme ich gerne so eine Rollen mit. Die Hapu. Die hat man jetzt letztens sehr oft geschenkt bekommen. Was halt mega, mega nice war. Okay. Na. Also vor allen Dingen, ich sag mal, wenn jetzt hier nichts mehr rauskommt, bin ich nicht böse. Ich wusste, irgendwann muss ich die halt öffnen. Und ich öffne die halt immer, wenn ein neues Monster kommt, um halt, ja, ausweichend nicht so viel MS zu verbrauchen. Aber interessant wird, wenn ich hier jetzt nicht ziehe, wie viel Scrolls ich brauche, um alle drei Feenkönige zu ziehen. Das ist natürlich immer so, das, uh, es ist rot und es kommt ein lila Strahl. Yay. Schnell und unfähig, Regel der Natur. Hu, Barbara. Nee, Barbara. Nicht Barbara. Oh, Marsha. Marsha? Ja, Marsha. Ähm. So, das war's. Ähm. Ja, machen wir einfach von unten nach oben. Ich hab 984 MS. Also ist ganz ordentlich. Wir wollen aber nur jeden einmal holen, weil ich mindestens mit 600 rechne für die Einhörner. Ich hoffe, das wird jetzt hier nicht der Fall, dass 600 Mal ich brauche. Wenn nicht, kann ich mir nicht alle Einhörner holen. Dann ist das so. Aber ich will alle drei Feenkönige haben. Die möchte ich überall haben. Okay. So, mal gucken, wann der ploppt. Ähm. Bis jetzt war ja immer das Glück, wenn ein lila Strahl war, dass meistens, ähm, ja, da, dass dann irgendein anderes Monster war. Oh, hier sind sehr viele Vierer gewesen. Fünf Stück. Von zehn ist schon nice. Oh, man ist immer so nervös. Man wartet so und so, ja, ja, kommt der jetzt, kommt der jetzt. Das Krasse ist ja halt auch, ne, die, die, so viele Leute, die ich schon beschwörend gesehen habe, hier bei den Zehnerpuls und so, ähm, auf einen bestimmten Typ. Ja, ob es auf die Drachen war, ob es auf die Paladine war. Wenn die lila Strahl hatten, kriegen die einfach mal ein LD5. Hatte ich noch nie. Noch nie? Einfach noch nie? Egal, für wen ich geöffnet habe, ich hab's noch nie. Also, ich würde mich, würde ich jetzt nicht schlimm finden, wäre da so ein Dunkler- oder ein Lichtengel irgendwo mit bei. Oh, wir sind bei 100. Okay. Das ist jetzt Ganyme, ne? Der lässt auf sich warten, der Ganyme. Ganymed. Steht eigentlich der Name da unten? Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob da der Name steht. Ah, ne, er steht garantiert. Ich hab noch irgendwas mit G gesehen. So, ein 120 S ist schon. Das wird ein 2 U. Oder kommt er jetzt, kommt er jetzt, kommt er jetzt, kommt er jetzt, kommt er jetzt. Ein blauer, ein lila Strahl? Nack. Ahaha. Also, wenn er jetzt kommt, dann ist er wenigstens erledigt. Ich finde das dann immer so spannend, wenn man dann diese einzelnen Monster dann auch da so dazwischen sieht. Das ist schon cool. Glaub mir, ich werde nicht verlieren. Alles klar, ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie hieß, aber die habe ich schon. Oder die hat der Account schon. Die habe ich schon. Ich fühle mich immer... Alles, was ich öffne, ist meins. Meins, meins, meins. Äh, 150, ew, ist nicht mein Account. Ah, lila. Kommen Sie mich weit zu Anfang, oder? Soll ich nicht so lange warten. Aber so schnell, das ist Wahnsinn. Also, jetzt kann er ruhig kommen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ne, das ist irgendwas anderes. Ja, ich wollte gerade sagen, kennen wir doch. Oh, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Oh, der ist neu. Okay. Ähm. Man muss ja jetzt eh alle irgendwie haben, ne? Wegen dieses Buch da. Und dass die, wenn du eingebaut hast, dass die alle irgendwie hochkommen. Vor allen Dingen, wenn du die Licht und den Dark hast. Und du die gebaut hast, musst du die ganzen Elementtypen hochbauen. Nur, dass die halt noch ein bisschen Bonus-Stats bekommen. Ich glaube, ich habe alle jetzt mittlerweile erweckt. Alle meine Fünfer. Auch wenn ich sie nicht höher gebaut habe. Aber erst mal alle erweckt. Und dann habe ich sie, glaube ich, alle auf 60 gebracht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist der letzte. Ähm. Ganymede war uns nicht gegönnt. Ganymede oder Mettbrötchen. Yeah, bereue deine Leichtsinnigkeit. Okay. Er sieht ein bisschen blass aus, so in der Nese. Wir hätten es ruhig ein bisschen brauner machen können irgendwie. Das hätte ein bisschen besser gepasst, aber ich finde sie halt an sich. Das ist schon cool, außer die Frisur. Einen Oberkörper können wir stehen lassen. Gut, gehen wir weiter zu Wasser. Wie sehe ich denn, wie der heißt? Kann man nicht hier Details... Ah, warte, 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 warte. Der heißt Samate. Samate, Daphnis und Ganymede. Samate. Boah, Gott. Also Daphnis ist da noch so das leichteste. Okay. Der hat 200 gedauert. Ja. Sad. Next. Ah, 200 ist schon oll. Also, jedes Mal, wenn du so eine 200er Nummer hast, ist das schon... Ah, es ist echt so ärgerlich einfach. Falls es auch schneller hätte gehen können. Vor allen Dingen sind zwei 5er zwischendrin getroppt und das war halt kein Mal eher. Und das ist halt noch doch schlimmer irgendwie. Ja, dann sollten sie so ein LD reingeschieben. Ich habe es heute mit, meine LDs. Ich liebe halt LDs öffnen. Und ich hätte auch gerne ein paar mehr. Oder würde gerne ein paar mehr beschwören. Weil so einige habe ich noch nie beschworen, noch nie gesehen. Nur bei anderen. Aber nie, wenn ich geöffnet habe. Oh. Bila. Na, ist es jetzt smarte? Ja. Smarte. Er bleibt jetzt... Samate. Keine Ahnung. Irgendwie auch immer. Smarte. Ich lache mich weg, ey. Der smarte. Ich habe den Ruf erhört. Was du hier bist? Du bist hier falsch. Ich beschwöre Wasser und jetzt kommt ein Wind um die Ecke. Alles klar. Und dann auch noch ein Dupe. Egal. Kann man auch bauen. Wenn man es will, kann man bauen. Ey. Ich sehe. Ich habe vorhin gesagt, es wären bestimmt 600 Stück. Ich hätte es nicht sagen sollen. Und wir sind jetzt bei 100. Und wir sind jetzt bei 100. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Das ist doch so gemein. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Mobbing. Also komm. Also komm. Also der Daphne, der muss schneller gehen. Daphne. Daphnes. Er muss einfach schneller gehen. Das kannst du ja knicken. Das kannst du ja knicken. Er wird auch wieder 200. Wir sind schon bei 160. Also ganz im Ernst. Wenn er jetzt kommen würde, könnte man eigentlich weiter drücken. also... Dann hat man wenigstens zweimal schon... Kannst du das schon erweckt machen. Ja. Ja. 180 Stück. Also... Meine Hoffnung stirbt. Komm. Jetzt. Also jetzt wäre cool, wenn er jetzt kommen würde. Dann hat man ihn zweimal. Aber es sei mir nicht gegönnt. Ähm. Wir gucken uns mal das Video an. Wie schön er durch die Gegend flattert. Ähm. Wir gucken uns mal das Video an. Dann ist auch dieser lila Strahl immer so lange, ne? So, Feenkönig. Aber der ist ja noch blasser, oder? Als der andere. Aber den finde ich am... Also von der Farbgebung ist der am schönsten und der rote. Von der Farbgebung. Wie sehen denn überhaupt die anderen aus? Warte mal. Ich erweck mal. Wie sehen denn Licht? Ein Licht leuchtet. Ja. Wolladiewald. Also wenn du den hast, kannst du auf dem Map langrennen. Der leuchtet wie ein... Er ist auch schön. Ein lila ist auch schön. Also den finde ich eigentlich am hässlichsten. Dieses Gelb. Äh. So. Gut. Wir machen jetzt mit Rot weiter. Mit Daphne. Ah. Mano. Und es ist... Fängt schon scheiße an, ne? Also hätte jetzt nicht einfach ein lila Strahlpups fertig so... Wenn es jetzt ein 600er Nummer wird, ne? Dann ist das echt so... Boah. So richtig... Boah. So richtig... Boah. Okay. Der Strahl... Also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe jetzt gedacht, ich ziehe erstmal noch eine Runde und eine Weile, bis ein Liederstrahl kommt. Aber das wird ja wieder nicht sein. Hh. Haha. Du kannst mich nicht fangen. Windy. Äh. Ja. Ist geil. Super. Tolles Monster. Ähm. Ist hier glaube ich auch schon... Ja. Ist schon vorhanden. Ausgebaut glaube ich nicht. Aber... Äh. Äh. Wenn es nicht so neue sind, ne? Vor allen Dingen jetzt, wo dieses Buch da ist, ne? Dann will ich die restlichen auch noch haben. So die, die mir noch fehlen oder die, die hier fehlen. Also so geht es mir schon. Wenn ich schon so einen Scheiß viel ziehe, dann will ich auch die anderen noch ziehen. Bis dann einfach so der Sack zu ist. Man hat alle drei. Man hat alle drei auf... Erweckt. Man hat alle drei, äh. Dann nachher irgendwie auf sechs Sterne und so weiter und so fort. Ähm. Sag mal, wenn du wirklich ein Lieblingsmonster hast, musst du das ja halt so machen, ne? Okay. Schon wieder lila? Mhm. Ja, das ziehe mich zum Schluss. Oh. Sollen wir noch die Kleinen angucken? Ja, wunderschöne Leben und eine Rüstung. Eine Mumie. Mhm. Kleiner Kurierhai. Eine kleine Havier. Sogar die nicht. Mhm. Mhm. Ja. Kannst du den Flammen der Hölle widerstehen? Oh, da ist er. Yeah. Uh. Was schmeißt er denn? Ja. Er macht hier so einen fetten Feuerball. Wie war das? Oh. 90 Stück. Also. 490 Rollen zum Sieg. Yay. Hahaha. Hattet ihr mehr Glück? Ähm. Mit der Ziehung oder nicht? Ähm. Was habt ihr in der Zwischenzeit bekommen? Hattet ihr oft Fünfer dabei? Könnt ihr einmal unten drunter schreiben. Somit sind wir fertig mit dem Video? Peace. Äh. Äh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal kommt eine LD-Beschwörung. Ganz viel Glück wünschen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.